Willkommen zurück zu Spectrobes. Wir werden jetzt nicht mit Mineralensammlern oder sonst was, sondern jetzt einfach mal diesen Planeten ablaufen und zu gucken, ob wir unseren Freund finden. Wir ran den Vortex vorbei. Ach ja, ich habe Kramer jetzt mitgenommen und Anubis rausgeworfen, damit ich mehr Stärke im Team habe. Ja, denn ich vermute mal sehr stark, es geht auf den Endkampf zu. Sehr, sehr stark sogar. Lava-Zone. Aufsteh. Export. Und entnehmen. Ich kann den vorbei. Nein, 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 nein. Nein, von mir aus. Alter, der Typ ist so stark und er ist erst in der Sekundärform, Leute Hat er jetzt schon so viel Kapi verloren, der andere? Nein, nein Boah, Alter, der Planet ist ja so krass Gibt es hier in dieser Lavazone auch andere Spectropes zu holen? Keine Ahnung, werde ich dann offscreen nachsehen wenn es überhaupt weitergeht nachher noch Ich meine, es ist der letzte Planet Da wird so ein Nord, alter Schwede Ich kann mich hier kaum bewegen Warum läuft es nicht weiter? Oh Gott, sieh, sieh, sieh weg, weg, weg Zu viele Sachen, die sich bewegen müssen Laufe in falsche Richtung 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 Ist das das Raumschiff? Kann das Raumschiff sein? Muss gut laufen Abstand Ach, absturz Oh, süd Nach mehr Cobanas Ja, verteilt ihr Ruhig euer Gift, das ist mir eigentlich scheißegal. Geh weg. Oh man. Da vorne muss irgendwas sein. Kurz nochmal die Spektrums durchchecken. Das ist mir nicht kaputt, wie ich das mal so anmerken darf. Na gut, der ist auch jetzt Level 39. Aber K.P. hat da eigentlich keine verloren. Gut, 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 gut. Was wohl da vorne jetzt kommt? Ich hab irgendwie Angst. Ich weiß nicht, welcher Gegner das kommt. Oh. Es ist schlimmer als ich dachte. Ja, ha, ha. Maja? Ziemlich weit weg von zuhause warst du, muss ich leid. Ich muss dich leid enttäuschen, aber du hast den beiden Weg um Salz gemacht. Ich habe das verkammelte Raumschiff zerstört. Und Aldous? Und Aldous? Was hast du mit ihm gemacht? Aldous? Und du siebrettig ist Spectrum, Meister? Ich wollte seine Kräfte stehlen, aber im Vergleich zu dir ist Krux. Und Krux ist ja ein kleiner Fisch. Also habe ich ihn und seinen Geo vorgenommen. Oh nein. Diesmal geht es nicht aus seinem Schlaf aufwachen. Oh, jetzt bist du traurig, was? Der arme kleine Riddle fängt da zu weinen. Warum? Darum wirst du viel zahlen. Bitte zu Respektrum wechseln dürfen. Wen hast du dir vorgenommen? Wer ist hier jemand? Wenn sich hier jemand vorgenommen wird, dann du! Hä? Diese Stimme, ist das nicht Aldous? Oh yeah! Das Grinsen. In Fleisch und Blut, mein Tom gesund! Du bist wirklich hartnäckig, diesmal gibt es keine Bahn. Tu mir leid, Maia, aber es steht 2 zu 0 für mich. Und den hier hast du auch nicht zerstört. Hey, das ist dein Flammen-Gyo. Du hast den Gyo noch? Du gehst mir wirklich auf die Nerven bei Gesicht. Eines Tages wirst du bezahlen. Oh, Gott sei Dank, sie geht. Lern dich nicht gesehen, Raylan. Für mich geht es dir gut, Aldous. Vorne einem Riss im All einer Bruchtland und einem irren Quor lasse ich mich nicht unterkriegen. Aber was den Gyo betrifft... Hey, was ist mit den Gyo los? Ich wollte Maia täuschen und die Angst gemacht, aber dieser Gyo ist nutzlos. Es muss bei der Explosion des Schiffs beschädigt worden sein. Die ultimative Form darin scheint im Winterschlaf zu sein. Wenn du nicht möchtest, du es bekommst. Eines Tages kannst du es sicher aufwecken. Danke, Aldous, ich übernehme das. Gehen wir zum Patroulenkreuz zurück. Schön, damit sie freuen, dich zu sehen. Okay, ich freue mich auf sie zu sehen. Das löst immer so den Schleim, wenn ich so ein Regen im Hals und sie muss sich immer räuspern. Tut mir leid. Aldous, Gott sei Dank geht es dir gut. Tut mir leid, dass ihr euch unbezogen musstet. Aber ihr müsst wissen, dass ich in Tatenlos auf Rettung gewartet habe. Ich habe viel zu tun. Das überrascht mich nicht. Die Quor sind auch für das Schicksal dieses Planeten verantwortlich. Aber das ist schon lange her. Ich wusste, dass die Quor dahinter stecken. Auf diesem Planeten gab es eins eine Zivilisation mit eigener fortschrittlicher Technologie. Aufzeichnungen weisen darauf hin, dass sie lange gegen die Quor gekämpft haben. Und wisst ihr, warum sie den Quor so lange standhalten konnte? Ich finde, sie haben eine wirksame Technologie gegen die Quor. Genau! Und der Schlüssel dazu ist etwas namens Dynalium. Das wirkt eine ferne Erinnerung in mir. In meinem Heimatsystem Girona kam dieser Begriff in alten Aufzeichnungen vor. Wir wollten es herstellen, aber damals hatten wir nicht genügend Informationen. Und seit der Zerstörung von Girona und die Informationen, die wir hatten, auch verloren. Aber vielleicht finden wir welche auf diesem Planeten. Wir sollten die Heroiden der Zivilisation nach Hinweisen absuchen. Worauf warten wir noch? Hat die Arbeit! Wir kennen ja mehr mit den wenigen zerstörten Teilen des Planeten. Diese Heroiden sehen interessant aus. Oh, dann, was gehen wir? Oh, dann, was gehen wir? Nox. Gebiet 2. Ja. Nox. Start! Gott sei Dank muss ich nicht gegen Maya kämpfen. Aber dass die noch lebt. Was ich gerade mache, ich wechsle ihn hier aus, denn ich möchte einen Spektor, der mehr Power drauf hat. Puh. 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 Paco ist auf so einem niedrigen Level und hat so viele Punkte. Ich... Boah. Warte mal. Inkubator. Rauch Nummer 3. Ich weiß, es ist eine extrem große Verschwendung, aber ich habe alle Spectrums, die ich eigentlich haben will. Ich werde sowieso keine mehr machen. So hätt's nebenbei mal gesagt. Ich weiß, es ist eine extrem große Verschwendung, aber ich habe alle Spectrums, die ich eigentlich beobachten kann. Hoffe ich mal. Ich kann mich auch täuschen, natürlich. Komm schon, noch ein paar Level, Papa braucht ein paar Schuhe. Okay, das hat die Reiche in der Restkanne in den Kämpfen bekommen. Aufstellungen. Und Paco wird ganz bestimmt ein Nebendingens, weil... Ist so. Okay, los geht's. Da 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 da. Landeplatz Nox, wow, krass. Ist aber ziemlich gut entstand, diese Ruine. Wenn ich das mal so anmerken darf. Natürlich. Quall. Wie könnte es auch anders sein? Aber die stehen nur rum. Naja, besser für mich. Na, besser ist es? Und der steht genau im Weg. Junge! Komm mal, klar! Komme ich da überhaupt irgendwo hin? Ja. Zerstörte Stadt Noard. Noard, 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 Noard. Komm mal, Clyde! Ich sag's denen euch nochmal. Willst du mich eigentlich verarschen? Piss dich! Autsch! Autsch! Das tut weh! So was tut doch weh, ey! Ey! Mach ich dem überhaupt Schaden? Nein, 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 nein! Alter! Lager! Ihr, nehm! Und weg waren sie. Eingang Untergrundruinen. Müssen die da so rumschlarenzeln. Nein, nicht in diese Richtung. Bäh. Wie kämpft ihr nochmal? Ah. Interessant. Dieser Spektrum ist so eng geil. Da ist mein Gang, da ist mein Gang. Ich seh einen Eingang! Untergrundruinen Süd. Kann man hier, Kleiner? Ich möchte, dass du mir jetzt hier ein Fossil findest. Ich möchte sehen, ob es hier neue Fossilien gibt. Das ist kein Fossil! Scheinbar gibt es hier nur Mineralien. So, was ist das? Und nein, und was jetzt? Gleich weiß Schener rad. Tuck, 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 tuck. Ist alles in Ordnung, Raiden? Die Straße ist abgeschnitten. Ich komme nicht weiter. Hier ist eine Maschine, aber ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Okay, lass das... Das ist was für mich. Lass uns Plätze tauschen, Raiden. Ja, du bist hier fürs Denken zuständig, Schener. Du hast sicher mehr Glück. Oh, Raiden, sei nicht zu hart zu dir. Drücke den Y-Knopf und bin Schener's Scanner-Beglick, in der Nähe zu scannen. Wow, das System scheint noch zu funktionieren. Da fällt mein Spezialgebiet. Willkommen! Willkommen, Gast! Ich habe eine Nachricht für Sie. Eine Nachricht? Der, der die Crawl bekämpfen will, soll wissen, dass das Dynalium unsere letzte Hoffnung ist. Der, der mutig und ehrlich ist, soll es in die Hände fallen. Was war das denn? Und warum der und dem kann eine Frau die Crawl nicht bekämpfen? Das ist sexistisch! Vielleicht haben Sie die Dynalium zurückgelassen, falls es jemand gegen die Crawl braucht. Sondern, Sie haben das Versteck und das Versteck so gut verregelt, dass die Coren nicht hier spinken können. Jetzt müssen Sie versuchen, diese reißlafte Sperre zu öffnen. So, dann ändert die Farbe. Aha, Corona-Rot, oder Kölnfleisch-Blau. Sperre ist wegen der, äh, 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 äh. Was ist alles? Ich hab's geschafft. Sperre wurde deaktiviert. Was jetzt wohl kommt? Lalalala, ich bin ein kleines Mädchen mit pinken Haaren. Jetzt kann man kurz, wenn sie mit sterben. Kann ich die Lichter scannen? Nein. Alter, krass, wie groß das hier ist. Das ist ja richtig nice. Mal sehen. Das Dinalium speichert Sonnenlicht in Form von Energie. Mit der Energie kann ein Strahl erzeugt werden, um Crawl abzuführen. Der, der die Crawl bekämpfen will, muss das Licht der Sonne sammen. Schon wieder der. Naja, wenigstens hat sich jemand die Mühe gemacht, alles aufzuschreiben. Das Dinalium funktioniert also mit Sonnenenergie. Die Menschen, die wussten wohl, dass Crawl Lichter hassen. Schon ein weiteres Rätsel zu sein. Langsam hab ich das Gefühl, ich werde hier auf die Probe gestellt. Auf jeden Fall wird das Ganze interessant. Jetzt kann ich beweisen, wer die Rätselkönigin der Nahrer-Platoller ist. Einer, die mit sich selbst redet. Ja, ja, ich weiß. Ja, ja, ist gut. Ja, ist gut. Scheiße. Äh, äh, ah. Ja, das hab ich gewusst. Ich hab's geschafft. Sperre wurde deaktiviert. Boom. Was jetzt wohl kommt? Kann ich jetzt darüber? Nein. Äh, äh, ja. Wie geht's weiter? Oder wo? Scheinbar hier nicht. Versuch ich mal die anderen Horte. Ja. So. Bin grad an überlegen, was das Ganze hier soll. Aber na ja. Und da kommtすごい Nord. Okay. Scan. Scan des. Scan des Shit. Okay. Scheint noch eine Schwertung zu sein. Ah, hier. Die mächtige Energie des Dynalions gefährdet sogar den Betreiber. Es muss ein Schiff gebaut werden, das die Energie des Dynalions standhält. Der hat die Qual bekämpft, die Technologie, für die das Schiff liegt, hier verboten. Schon wieder DER! Was soll's? Diese Technologie muss sehr mächtig sein. Wenn man dafür schon ein spezielles Raumschiff benötigt, okay, weiter mit dem Rätsel. Das ist exzettisch! Ist er gut. Strandurlaub. Ich hab's geschafft! Sperre wurde deaktiviert. Ich hab's geschafft, nicht du! Es gibt einfach nichts, was ich nicht schaffe. Der hätte die Qual bekämpft, wir geben dir Pläne für ein spezielles Raumschiff. Tss! Diesmal reg' ich mich nicht, äh, gar nicht auf. Das ist ein Volltreffer. Ich habe die Pläne für ein Dynalium-resistentes Schiff. Und alle Sperren sind offen. Jetzt ist da die Denkarbeiter, die, ich kann, jetzt kann Ren das Dynalium suchen. Faules Sau. Gut gemacht, Jena. Ja, kann man wohl sagen. Jetzt bist du dran. Du musst jetzt Dynalium fänden. Geh klar. Natürlich sind jetzt hier Quall drin. Ja, bis zum nächsten Mal. Haut raus. Ciao. Ciao. Ciao.